Self-Love is the best love, Self-Love is the best love, Self-Love is the best love. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von LLY. Learn to love yourself. Willkommen zu der Self-Love-Podcast. Ich dachte, hier singt Wald und ich habe so Background. Genau. Und heute geht es darum, wie kann ich beginnen, mich selbst zu lieben? Weil ganz viele fragen sich, wie geht das? Und wir sind die Self-Love-Company, deswegen sagen wir es euch. Self-Love is the best love. Willkommen. Oh, das war ja wie ein Studium. Das ist ja nicht mal Verbindung. Oh, jetzt ist, glaube ich, gerade meine Hose gekrissen, oder? Selbst wenn es sieht, muss ich... Da hat es gerade Klick gemacht. Okay. Klick, 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 Klick. Oh ja, kennt ihr noch das Lied? Ain't nobody fucking with my click, klick, klick. Und damals, als ich mit Olivera feiern war, hat sie leider so gemacht, klick, klick, so als würde das Klick eine Kamera bedeuten und nicht ain't nobody fucking with my click, meine Crew. Das passiert, wenn man nicht zuhört, so entstehen Gerüchte. Ja. Okay, auf jeden Fall sprechen wir heute darüber, wie kannst du beginnen, dich zu lieben? Weil wir sprechen ja immer über Selbstliebe und auch über ganz viele tiefe Themen. Und dann kommt aber immer wieder, ich will mich selber lieben, aber wie zur Hölle kann ich das machen? Und deswegen sprechen wir heute darüber, was ist Selbstliebe wirklich? Was ist Selbstliebe vielleicht auch nicht? Vielleicht können wir damit gleich mal beginnen, weil das finde ich viel wichtiger. Und dann konkret, was kannst du machen, um beginnen, dich selbst zu lieben? Vielleicht fangen wir wirklich einfach mal ganz banal damit an, was ist Selbstliebe nicht? Laura, was ist Selbstliebe für dich nicht? Für diejenigen, die uns nicht kennen? Ach so, stellen wir uns wieder vor? Ach so, ja, weil wir das machen. Wir haben uns nie einen Podcast vor. Nee, eigentlich nicht, das haben wir letztes Mal gemacht, ne? Also, falls ihr uns noch nicht kennt, dann kurz einen anderen Podcast. Soll ich heute unterbrechen? Okay, dann machen wir es ganz kurz. Was? Ich habe einen Zettel. Ja, meine Hose ist gerissen, da habe ich dir einen Zettel. Das passt. Was ist bei dir falsch? Bei dir hängt hier ein Haar. Okay. So, für alle, die Audio zuhören, wir haben einen Videopodcast auf YouTube, da seht ihr, was hier so passiert. Vielleicht machen wir es einfach ganz kurz. Wir sind richtig aufgeregt. Irgendwie gerade, aber so positiv. Wir sind gerade irgendwie drüber. Nee, wir sind gerade schön. Wir sind schön, okay. Ja, also, mein Name ist Tiffany. Ich bin die Gründerin von LLY Learn to Love Yourself, der Self-Love-Company. Ich bin Self-Love-Coach und Expertin für emotionale Freiheit. Mein Name ist Laura. Ich bin Mentorin für Female Awakening und traumasensitive Heilerin und Co-Founderin von LLY Learn to Love Yourself. Bei mir lernen die Frauen, wieder in ihre weibliche Kraft zu kommen. Ich bin Oliveira. Ich bin bei uns Mentorin für Veränderung und Erfüllung. Ich begleite die Frauen und erinnere sie wieder daran, dass sie mutig sein dürfen und ihre Träume erreichen können und auch leben können. Zudem bin ich noch Mama von einem kleinen, süßen Kratz, neun Monate alt. Und ja, ich bin auch Co-Founderin von LLY Learn to Love Yourself. Und ich freue mich auf den heutigen Podcast. Und ich würde sagen, heute starten wir direkt rein. Naja, direkt, das war ja schon irgendwie fünf Minuten. Was ist nicht Selbstliebe? Genau. Laura, was ist Selbstliebe nicht für dich? Mich zu verurteilen für meine Gefühle und für meine Wünsche, meine Träume und für mein Sein. Das ist für mich keine Selbstliebe. Für dich? Für mich ist keine Selbstliebe, dass ich mich im Außen immer akzeptieren muss, dass ich nicht den Wunsch haben darf, auch was an mir verändern zu wollen. Das ist für mich keine Selbstliebe. Das finde ich gut, weil ja Selbstliebe immer heißt, du musst alles an dir lieben und alles toll finden und eigentlich darf man gar nicht den Wunsch haben, was überhaupt zu verändern. Quatsch, mir ist so spannend. Das ist aber für mich Mainstream-Selbstliebe. Ja, dieses, ich liebe alles an mir, ja. Genau. Ich liebe alles an mir, aber ich liebe es auch, dass ich etwas an mir verändern will. Aus Liebe zu mir darf ich mich weiterentwickeln. Genau. Nicht aus Hass zu mir. Ja. Finde ich gut. Für dich? Für mich ist Selbstliebe nicht, wenn ich ein Leben lebe, das mir keinen Spaß macht und das nicht zu mir passt. Also für mich ist nicht Selbstliebe, wenn ich einen Job habe, den ich nicht mag, wenn ich eine Partnerschaft habe, die irgendwie so ja ist. Das heißt, oft sehe ich, okay, Leute sagen, ja, ich liebe mich selber und wenn du dann aber das Leben von denen anguckst, schwiegelt es überhaupt nicht wieder, wer sie eigentlich sind. Ja. Wichtiger Punkt. Ja. Was ist für dich Selbstliebe? Laura? Selbstliebe ist für mich, mich selbst zu sehen, mich selbst zu sehen, mich anzuerkennen und mich so auch zu akzeptieren. Und da geht es nicht darum, dass ich jede Speckrolle an mir liebe oder keine Ahnung, das passt mir nicht, das mag ich nicht, sondern dass ich in einer ganz aufrichtigen Beziehung mit mir selbst bin, so wie ich es auch mit jemandem im Außen wäre. Also wie wenn ich eine Partnerschaft führen würde, sodass ich in einer ganz tiefen Liebe mit mir bin, in einer Beziehung, an der ich arbeiten darf, an der ich wachsen darf, etwas, das mir mich selbst auch spiegelt und dass ich einfach in dieser Verbindung auch mit mir selbst bin, genauso wie es vielleicht mit einer Person im Außen wäre. Das ist für mich Selbstliebe. Voll schön. Für dich, Olli? Ich muss sagen, dass sich für mich Selbstliebe in den letzten neun Monaten neu definiert hat. Danke. Es hat sich ein bisschen verändert. Also im Allerersten bedeutet es für mich, meine Bedürfnisse zu kennen und zu verstehen. Also dass ich in ganz vielen Situationen, vor allem jetzt auch mit meinem Kind, wenn ich merke, ich bin irgendwie aus dem Gleichgewicht, dass ich mich frage, okay, was steckt jetzt gerade hin und was brauche ich gerade, weil ich auch das Vorbild für mein Kind sein möchte. Also Selbstliebe bedeutet auch mich, dass ich als Vorbild durch die Welt gehe und dass ich als Inspiration durch die Welt gehe und mich halt auch einfach immer frage, was brauche ich? Und das kann jeden Tag anders aussehen. Vielleicht braucht es meinen Körper auch einfach mal, länger zu schlafen. Vielleicht braucht es meinen Körper mal, früher aufzustehen. Vielleicht braucht es meinen Körper auch einfach mal, nur daheim zu sein. Vielleicht braucht es meinen Körper aber auch und meine Seele und all meine Anteile und auch die Beziehung, dass wir rausgehen und was erleben, so dass ich mir jeden Tag immer was Neues erlaube und das erkenne. Das bedeutet für mich Selbstliebe. Das ist schön, weil das haben wir auch in unserem Journal oder so. Was brauche ich? Wer möchte ich morgen sein? Dass ich das auch immer verändern darf. Ich glaube, es ist auch ein Teil von meiner Definition von Selbstliebe. Also ich glaube, bei mir sind es zwei Teile, die ineinander gehen. Das eine ist, Selbstliebe ist für mich absolute Selbstverantwortung. Dass ich die Verantwortung dafür übernehme, wie mein Leben läuft, was ich tue, was ich zulasse, was ich nicht zulasse, weil ich kann nicht daran ändern, was andere tun, aber ich kann verändern, was ich toleriere. Das heißt, Selbstliebe bedeutet für mich, ab jetzt nehme ich mein Leben in die Hand, ich warte nicht mehr, sondern es ist meine Verantwortung aus Liebe zu mir selbst. Weil, wie du schon so schön gesagt hast, wie in einer Beziehung, lass ja auch nicht jemand liegen und sag, oh, hoffentlich wird es irgendwie morgen anders und ich gehe dann hin und sage, hey, ich helfe dir nach oben, lass uns das machen, lass uns was verändern. Und das Zweite, was für mich daraus folgt, ist wirklich, mich selber auszudrücken. Wer bin ich? Selbstliebe bedeutet, ich schaue hin, wer ich bin und drücke aus, wer ich bin. Und oft geht, glaube ich, das unter, weil man oft auf seine Arbeit achtet und auf seine Beziehungen, aber auf diese kreativen Dinge. So, wer bin ich? Was möchte ich tragen? Wie möchte ich sprechen? An welchen Orten möchte ich sein? Möchte ich malen? Möchte ich tanzen? Möchte ich schreien? Möchte ich boxen? Möchte ich? Diese Anteile, die in unserem Alltag eigentlich gar keinen Raum haben, sind hauptsächlich die, wodurch wir uns ausdrücken können. Deswegen ist selbstliebe für mich Selbstverantwortung und Selbstausdruck. Und dadurch entsteht dann auch ein Leben, das das widerspiegelt, wer wir selber eigentlich sind. Und dadurch werden auch unsere Beziehungen besser, weil wenn andere dann ganz klar sehen, wer bin ich, sehen sie dich auch für das, was du gesehen, wofür du gesehen werden möchtest. Ich glaube, dass es aber auch die größte Schwierigkeit ist, sich selbst anzunehmen und sich selbst auch genug zu sein. Weil ganz viele haben ja den Glaubenssatz, ich bin nicht genug. Ich habe es nicht verdient. Ich bin es nicht wert. Und da dann aber diese Liebe zu sich zu entwickeln, ich verstehe schon die Frage, wie kommt man dahin? Manchmal frage ich mich selber, wie bin ich dahin gekommen, dass ich heute so auf mich blicken kann? Olli, wie bist du dahin gekommen, dass du heute so auf dich blicken kannst? Ganz viel, ganz viel Annahme und ganz viel, das ist so interessant, Leute, aber auch so dieses innere Vergeben, weil ganz viele Anteile in mir damals höchst getriggert waren und nicht gesehen wurden. also wenn ich nur daran denke, wie ich mich teilweise in meinen Beziehungen verhalten habe, muss ich heute zurückblickend auf die kleine Olli schauen und sagen, ich sehe dich, ich sehe dich so sehr, du bist so wichtig, einfach, dass ich mich als Priorität sehe, dass ich mich, dass ich, ich bin richtig. Das, was ich denke, was ich fühle, das darf gerade alles einfach da sein. Und ich glaube, das war für mich der allererste Schritt, dass ich mich selber sehe. Dass ich nicht andere übersehe, in dem, dass ich mich sehe, sondern dass ich mich einfach so hoch in die, in die, in die Reihe wieder so mit einglieder, dass ich mich selber einfach sehe. Ich bin wichtig. Für mich war es, glaube ich, bei mir persönlich dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug, der war das nicht, das war nicht mein Königsglaubenssatz, sondern eher dieser, dass ich nicht wichtig bin. Bei mir ist dieses, ich bin einfach nicht wichtig. Und das hat bei mir alles danach verändert. Ich bin wichtig. Ich bin das Wichtigste. Für mich persönlich. Natürlich. So, das war für mich die Veränderung. Ich glaube, für mich war das krasseste, und ich glaube, das war der Philosoph Nietzsche, der das gesagt hat, dass Liebe kein Zustand ist und kein Gefühl, sondern ein Verb, also ein Tunwort, etwas, was man tut. Und bei der Selbstliebe oft, wenn Leute sagen, ja, ich will mich selber lieben, dann reden sie von einem Zustand. Also, wie kann ich mich selber lieben? Sitzt dann jemand vor uns, guckt uns an, ich will mich selber lieben. Und dann schaust du so, wie kann ich das für mich empfinden? Aber ich glaube, dieser Wechsel dieses Wortes, die Sicht auf das Wort Liebe, egal ob es in Beziehung zu jemand anderem oder zu mir selber, bedeutet, Selbstliebe bedeutet, beginnen, etwas für dich selbst zu tun. Und da gibt es kein Ziel, jetzt liebe ich mich selber. Jetzt ist es auch nicht in einer Beziehung. In einer Beziehung sagt man auch nicht, oh, wir sind jetzt zusammen, jetzt mache ich nie wieder was für dich, jetzt rede ich auch nichts mehr mit dir. Das ist ja Bullshit. Es ist eine tägliche Entscheidung, egal ob für jemand anderen oder für sich selbst. Ich muss, nee, ich darf mich jeden einzelnen Tag neu für mich entscheiden. Ja. Ja, ich entscheide mich dafür, bei mir zu sein. Ich entscheide mich dafür, mich selbst zu sehen. Ich entscheide mich dafür, dass ich selbst wichtig bin. Und das bedeutet ja auch nicht, und das verwechseln auch ganz arg viele, wenn sie denken, oh, ich arbeite jetzt an mir und ich muss meine Selbstliebe leben, dass ich mich nie wieder schlecht fühle, dass mir nie wieder was Schlechtes widerfährt. Darum geht es nicht. Es gibt so viele Momente, wo ich da sitze und weine. Es gibt so viele Momente, wo auch ich getriggert bin, wo ich verletzt bin. Und diese Momente werden nie aufhören. Aber es geht darum, was tun wir? Was tue ich? Wie liebe ich mich, dass ich aus diesem Gefühl wieder rauskomme? Und ich muss gerade so lachen, ich hatte letztens eine Situation, oh, Leute, ich war zutiefst getriggert, mir ging es richtig scheiße. Um 0 Uhr nachts, wirklich um 0 Uhr, es war 0 Uhr 5, saß ich da und ich so, okay, ich mache jetzt einen Workout. Ich mache jetzt einen Workout. Stimmt, das hast du schon gesagt. Ich habe einfach einen Workout gemacht von 10 Minuten, mir ging es einem nochmal besser. Und darum geht es, zu wissen, was ich brauche. Ja. Ja, ich glaube, wir haben ja auch unseren Surflauf Club und da haben wir versucht, alles zu vereinen, was Selbstliebe ist. Und da haben wir vor allem, man muss sich vorstellen, wie so einen Stundenplan pro Woche, weil wir uns gefragt haben, okay, was braucht man denn, um sich selber Liebe zu zeigen? Okay, es braucht Bewegung, Workout, das man dann auch nachts machen kann, wenn man möchte. Egal wann. Man braucht Lesen, sich zu erweitern. Ja, da lesen wir zum Beispiel gerade von Osho über negative Emotionen, wie wichtig das ist, denen Raum zu geben. Ja, dann, was nehme ich zu mir? Ja, was konsumiere ich einmal mit meinem Geist, aber auch mit meinem Körper? Und mit welchen Menschen umgebe ich mich? Und der Surflauf Club ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, dass Selbstliebe etwas tägliches, wöchentliches ist. Und das Interessante ist, dass wir oft denken, dass Selbstliebe etwas ist, was jetzt eine zusätzliche Arbeit ist. Aber wenn wir dann erkennen, dass wir ja eh täglich Dinge tun, also entweder glotze ich mir täglich auf meinem Handy Müll an oder ich glotze mir halt täglich auf meinem Handy was an, was mich weiterbringt. Entweder umgebe ich mich halben Menschen, die scheiße für mich sind oder ich umgebe mich halben Menschen, die mich inspirieren. Und genau so geht es weiter. Das heißt, es geht eigentlich darum, bei jedem Moment, bei jeder Entscheidung sich zu fragen, ist es gerade ein Spiegel für die Liebe für mich selbst oder nicht? Das heißt, Selbstliebe braucht weder mehr Zeit noch mehr Aufwand, sondern einfach neue Entscheidungen und im Blickwinkel, okay, ich setze mich jetzt mal hin und reflektiere mal. Deswegen haben wir zum Beispiel auch Self-Love. Wir verlinken das euch unten. Das ist, da gehe ich mit euch einmal durch. Was ist Selbstliebe? Wie kannst du anfangen, mal diese ganzen Dinge aufzuschreiben? So, wer bin ich? Wie sehe ich mich? How to love yourself. Und da wirklich den Beginn zu finden, da reinzukommen, weil der Beginn ist so schwierig oft und da wirklich sich hinzusetzen und durchgeführt zu werden und ab da immer neue Entscheidungen zu treffen. Und irgendwann kommt man dann in den Zustand der Liebe. Ja, ich habe eine Frage und die Frage richtig auch an dich gerade, wenn du zuhörst und auch an euch beiden. Ich kenne die Antwort schon, aber ich finde sie so interessant. Hättet ihr euch nicht mit dem Thema angefangen zu befassen, jetzt mal abgesehen von deiner Geschichte, Tiffi, und keine Ahnung, was glaubt ihr, was euch, was ihr verpasst hättet? Was hättet ihr verpasst, wenn ihr euch nicht mit euch selber beschäftigt? Ich beantworte es mal damit, dass ich sage, was ich glaube, was ich für ein Leben führen würde heute. Also ich glaube, ich hätte nie den Mut gefunden, rauszugehen und mich zu zeigen, also zu erzählen. Dann würde es keinen Podcast geben, es würde keinen LLY geben. Das heißt, ich würde, doch, ich weiß, was ich machen würde. Ich hätte das Immobilienunternehmen von meinem Papa beziehungsweise von meinen Eltern übernommen. Ich würde todunglücklich sitzen. Jeden einzelnen Tag würde ich mich hinkirren, würde denken, ja, aber das macht man ja so und das ist ja richtig und das ist ja einfach. Jeden Tag würde ich da sitzen. Ich wäre jeden Tag frustrierter. Wäre damals in einer Beziehung geblieben, die nicht gut für mich ist, hätte den Frust auf meinen Partner übertragen und würde heute frustriert dransitzen, mich bei euch beschweren über meinen Partner in einem Beruf, der nicht gut für mich ist und würde, glaube ich, in dieser Spirale drinbleiben von Unzufriedenheit und würde dann versuchen, Sachen zu kaufen oder das wegzuessen, so wie ich es früher gemacht habe, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass ich in meinem Inneren was ändern könnte und hätte immer versucht, die Schuld auf den Immobilienmarkt zu setzen, auf die Wirtschaftslage, auf meinen Partner, auf alle anderen. Und ich hätte nicht gewusst, dass ich was ändern kann und würde nicht ein Prozent von dem für mich freien und erfüllten Leben leben, das ich heute lebe, in wirklich Lebensfreude und Lebendigkeit, glaube ich wäre so ein halber Zombie, der irgendwie rumlaufen würde. Ja, krass. Und du, Laura? Ich finde es krass, weil ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich kann es mir gar nicht vorstellen, aber ich kann es richtig sehen. Ja, doch. Ich sehe es. Ich sehe es auch. Dass es eine Möglichkeit gewesen wäre. Boah. Danke, lieber Gott, dass ich diese Möglichkeit ausgeschlagen habe und diesen Weg gehen durfte. Also ich glaube, ich wäre nach wie vor im Außen strukturiert, hart in dem, wie ich wäre. Ich würde immer so rüberkommen, als wäre bei mir alles perfekt, weil das ja auch ganz lange eine Fassade war von mir, alles perfekt aufrecht zu erhalten, damit ich eben die perfekte Mausi Laura bin, die ich bin. Und ich wäre in einem Marathonrennen zwischen Menschen versuchen, glücklich zu machen und zu unterstützen und irgendwie zu helfen und ich würde mich selbst komplett verlieren. Also wenn ich damals diesen Weg nicht gegangen wäre, dann wäre ich innerlich wahrscheinlich komplett verloren, würde das aber nach außen nicht zeigen. Das heißt, ich wäre ständig in dem Kampf zwischen wie fühle ich mich eigentlich, aber ich versuche es zu vertuschen, weil dann zeigt es Schwäche, ich wäre wahrscheinlich nach wie vor in meinem Beruf bei der Bank gefangen. Oder was heißt, ja, doch, ich hätte mir halt versucht, da irgendwie was aufzubauen. Ich hätte vielleicht eine Eigentumswohnung gekauft, mit der ich todunglücklich wäre, weil ich sie halt abgezahlt hätte, damit ich halt diesem Bild entspreche. und wäre einfach nicht frei. Nicht frei. Ja, krass, gell? Ja, ist gerade nochmal krass, das so vor Augen zu haben, weil ich gerade richtig so dieses Sehnen sehe, wie in so einem Film, wie du in diesem Bankraum sitzen würdest und das hättest und ich, wie ich das sitzen würde. Ja, aber ich will euch noch was fragen. Waren das ganz krass große Entscheidungen, die ihr treffen musstet, damit sich das verändert, dass ihr heute da sitzt? Waren das so richtig krass große Entscheidungen? Nö, ich habe einfach ein Buch gelesen. Ich wollte gerade genau das Zeichen sagen. Ich habe ein verfickt, Entschuldigung. Ich habe ein Buch geschenkt bekommen, beziehungsweise zwei von meinem Bruder damals. Das eine heißt Seelengefügelt und das andere heißt jetzt von Eckart Tolle. Das Seelengefügelt ist von? Das ist eine Frau, hat ganz kurze Haare. Lindau, Falk Lindau, genau. Die beiden, ich habe die damals gelesen und damit hat alles angefangen und dann war das Stück für Stück und das war eigentlich nur ein Buch. Also es ist ein Buch, ein Podcast, weil das ist gerade eine super wichtige Frage, weil man auch oft denkt, selbst, die bedeutet jetzt, ich muss morgen mein ganzes Leben anders haben. Aber es fängt damit an, dass du jetzt vielleicht diesen Podcast hörst und dann den nächsten Schritt gehst. Vielleicht machst du dann einen Surflauf bei uns und dann kommst du auf einen neuen Podcast und dann entscheidest du dich für eine Reise und dann entscheidest du dich für, keine Ahnung, einen anderen Kleidungsstil. Was weiß ich. Also da vielleicht einen Schritt und nicht tausend, weil tausend kannst du nicht gehen, aber einen kannst du gehen. Ich muss euch kurz was erzählen. Bei mir hat es ja angefangen mit dem Buch von Louise Hay. Ich liebe die ja sowieso. Boah, klasse Frau, auch wenn sie nicht mehr im Leben ist, aber die hat mein Leben komplett verändert durch ihre Bücher und ich habe dieses eine Buch gelesen. Das ist eine Affirmationsmaus. Yes. Das ist richtig die Affirmationsmaus. Da habe ich das. Laura ist unsere Affirmationsqueen. Ich sage es euch im Surflauf, ich glaube, bei Affirmationen, also ich höre eigentlich immer nur ihre und meine Morgenaffirmationen, aber ja, das ist, ja, ich werde für den Podcast auch eine aufnehmen. Ja, bitte, mach das unbedingt. Ihr müsst es auch mal fühlen. Aber jetzt macht es auch Sinn, ich merke es gerade selber, ich habe es von ihr. Wir haben so viele Erkenntnisse durch diesen Podcast selber. Wirklich, danke, dass wir den Podcast für euch aufnehmen dürfen, weil wir lernen am meisten. Vielen Dank an der Stelle. Ich habe auf jeden Fall die Affirmation von ihr und ich habe das Buch gelesen und ich habe damals mein Bankfachwirt gemacht und ich bin da später in die Gruppe dazugekommen, weil da hat irgendwas mit der Anmeldung nicht geklappt und dann kam die Präsenzzeit und ich hatte halt einfach noch nicht so richtig Anschluss die ersten ein, zwei Tage. Ich finde relativ schnell Freunde und ich habe da auch eine ganz tolle Clique dann gehabt und so, aber so die ersten ein, zwei Tage war so ein bisschen mulmig und ich bin immer mit der Bahn nach Stuttgart reingefahren und auch das mache ich eigentlich so gut wie nie und war dann im Zug und habe dieses Buch gelesen und da stand er dran, sag dir selbst mindestens irgendwie 200, 300, 400 Mal am Tag ich erkenne mich selbst an und ich habe das Buch zugeschlagen und habe angefangen im Zug mir selbst zu sagen ich erkenne mich selbst an ich erkenne mich selbst an wenn du in den Spiegel schaust wenn du ins Handy schaust überall wo du dir selbst in die Augen schaust sagen ich erkenne mich selbst an ich bin da angekommen am Morgen bin hingelaufen plötzlich alle waren super offen super nette haben mit mir gelabert ich war direkt in einer anderen Energie und es war das erste Mal wo ich ganz krass verstanden habe was Unterbewusstseinsarbeiten mit einem macht und das in so einem kurzen Zeitraum weil man fährt mit der Bahn ich habe 20, 25 Minuten gebraucht und ich habe es mir halt 25 Minuten lang selber gesagt natürlich habe ich das dann in Zukunft öfter gemacht aber allein diese 25 Minuten an diesem einen Tag obwohl ich noch keinen Plan von irgendwas hatte haben eine komplette Situation ganz krass verändert und du hast es dir gleich gemerkt ich habe es sofort gemerkt es hat nicht mal Wochen und Monate gedauert nö, 25 Minuten später und es waren zwei Sätze die du im Buch gelesen hast richtig zwei Sätze die du im Buch gelesen hast ja richtig ja vielleicht kann ich noch teilen was bei mir gewesen wäre yes es hätte sich in meinem Inneren nichts verändert gar nichts ich glaube im Außen hätte sich viel verändert das hätte man vielleicht anhand von meinem Job gesehen vielleicht anhand von meiner Beziehung auch gesehen vielleicht aber auch nicht weil da hat sich sehr lange Zeit nichts verändert und es war immer immer gleich immer wenn man Olli gefragt hat wie geht's gut das war's das war die Antwort gut ja was heißt gut gut schon okay ja es hätte sich in meinem Inneren nichts verändert und ich hätte mir nicht erlaubt oder ich hätte es gar nicht gesehen dass ich meine Träume verwirklichen kann darum geht's in meinem Leben dass ich das was ich mir wünsche was ich schön finde dass ich das einfach verwirklichen kann dass ich da nachstreben kann dass ich da nachgehen kann dass ja ich glaube ich wäre innerlich immer so immer neutral immer neutral so immer so auch wie so ein Zombie neutral es ist alles gut aber alles gut aber eigentlich so nix halt und in vielen Situationen zutiefst getriggert und musstest du was krasses dafür machen dass sich geändert hat ne ich war im Urlaub und hab das Café am Rennen der Welt gelesen oh wisst ihr was ich mir wünsche oh krass ey dass Leute wenn mein Buch rauskommt genau das gleiche über mein Buch sagen aber das wird so sein dass die sagen ich hab das Buch gelesen und dann das wird aber so sein das weiß ich ja das wird schon so sein wenn wir es lesen ja er kommt ja auch vielleicht so es gibt zwei Personen die von euch inspiriert sind echt ja wie heiß ich das sag ich nicht oh ihr müsst es selber rausfinden aber jeder Name im Buch hat eine Bedeutung also ihr könnt dann diese Bedeutung googeln dein Name hört sich ein bisschen komisch an aber hat eine ganz tolle Bedeutung oh und deins hat auch eine Bedeutung jede Person also jeder Name da drin hat eine Bedeutung und wurde lang durchdacht oh also ich kenne ja viel aus dem Buch aber das wusste ich ja das kenne ich nicht oh verrate ich nicht aufregend ja ja aber das ist krass ähm ich hoffe dass mit diesem Podcast jetzt heute auch du wenn du gerade zuschaust und zuhörst und dich einfach inspiriert fühlst in den nächsten Buchladen zu gehen oder how to love yourself the self love verlinken es unten für dich ja wir verlinken es das zu machen oder generell dir einfach bewusst zu machen wer du bist wer du sein möchtest was du gerade brauchst beginn einfach beginn dich damit zu fragen wer bin ich und was will ich ja das ist schon selbstlieb und ich glaube darum geht es und das ist glaube ich die größte Message die wir heute mitgeben wollen es braucht nicht viel sondern es braucht einen Beginn und so wie bei einem Marathon oder das Wort von Marathon natürlich kann ich versuchen den ganzen Marathon zu laufen aber es geht um den ersten Schritt und den hast du so oder so schon gemacht wenn du diesen Podcast angehört hast das stimmt so oder so also den hast du schon gegangen jetzt schau was ist der nächste für dich und wir bedanken uns fürs Zuhören und dass wir heute teilen durften und auch selber wieder lernen durften und damit sagen wir Paris Athen auf Wiedersehen Tschüss Ich lieb's mit euch einen Podcast aufzunehmen wirklich das macht so Spaß ich will den ganzen Tag nichts anderes machen